so herzlich willkommen hier im allianz stadion rapide gegen salzburg mit dabei ist der ending ja servus highlight der runde zum abschluss der runde ja also ich hoffe ich habe das jetzt richtig sagen alle haben serien eigentlich ja rapid steht derzeit an der 1 als gut derzeit an der 4 topspiel bei der spiele gewonnen bis an 201 kapitel 2 auch schön dafür ist zu schön na oh schön ja oh oh immer schon eine ecke variante im kopf durch ja ja 5 zu 2 war das letzte spiel in den wc musst du das immer so erwähnen ich glaube das war schlecht aus dem nichts aus dem nichts also das war bis jetzt das tor siehst das könnten wir auch einführen stimmt gut offiziell Tor der Runde Takumi Minamino also ist eben die Frage Tor der Runde ja genau genau Schwab sieht auch noch gelb ja ja Schockmoment für Rabit Rabit Boah Super Gute Antwort Verschrecken des managers dritte so treffen ich möchte nicht sagen gegen eine zweimal getroffen darf ich nicht nur sagen habe ich vom brot bekommen gegen die äußere weiß nicht vom 3 2 aber gegen den ich daneben darf man nicht von anfang an dabei aber als joker jetzt ist er wieder von anfang an dabei ja wie gesagt gute antwort hat jeder hochkommend hat er schon gegeben ja 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 du hast Murk auf der außenbahn spielen gell ja ja das gibt's ja also ja 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 naja von der entstehung hier schon vor der das schon machen müssen war dann der richter mit einem ersten sessortreffer mit dem 2.1 sie im topspiel ja man sieht zahlsburg will es den habitern schwer machen ja vielleicht war das von der entstehung her nicht nicht ganz verdient also von der entstehung her schon aber vom abschluss her aber trotzdem schwierig sagt das war dort es war doch es war etwa wir müssen genau nehmen diese der eine rapide schuld der ausgerutscht ist wenn man sieht wie kann der zwei mal zum schuss kommen weil es da kann man da von mann zum beispiel ist auch so oder bloß der spiel zum gefühl alter das ist für den büden gesehen das ist mal abgetan oder für den schwarzen bist du sehr langsam gut gesehen und schon was wir ja nur wieder bei kopf Aber ein sehr gutes, spannendes Spiel. Ich meine, knapp 30 Minuten gespielt und schon vier Tore. Schön aufs lange Eck. Alter, jetzt rennt er nicht mit. Wabler. Oh, schön. Turnwald. Ja. Das steht aber gut, so heftig schön. Da steht aber schnell wieder auf. Sehen simulieren, prägt nicht die Stimme wieder auf. Ja eh, ist schon, muss man es machen. Ja eh, verstehe ich. Kann man nicht zu oft machen. Hm. Das ist ein schönes Richter. Oh, alter. Wie wärs mit dem Laufspirischer? Steht da und schaut nach weiter. Ich hab dort gemacht, was zu laufen. Habe dort gemacht, da ist Barscht schon. Ja, bei Rischers Bruder spielt ja hier, bei Rapids. Gut, aber heute nicht zum Ansatz kommen, kann ich schon versprechen. Da sitzt nämlich ganz oben auf der Tribüne. Schöner konnte er jetzt wieder. Oh, und die laufen alle ran. Oh. 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 Oh, der geht nicht hin. Oh. 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 Oh, der geht nicht hin. Oh, der ist da auch nicht. Aber hinfliegen kannst. Oh. 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 Oh, der steht da. Oh. Oh, der steht da. Oh. Oh. Oh, wieder zu Das war jetzt ein bisschen Oder was? Oh, kein Fall Schleich dich, unverletzt So, ist kurz die Anzeige gewesen Warum meldest du Pause an? Na ja Schöne ich will eine Hand zu haben Warte mal, ist jetzt verletzt oder nicht? Ja, Salzburg ist das bessere Team, aber nicht das aggressivere Team Ja, Verletzungen eine Ah, das ist uncool, Alter Wie macht man da? Schwab mit Gelb ist nicht schön für mich Den Rest wollen wir uns noch auf Oder? Machen wir die? Eigentlich wollte ich den Zehn Sekunden noch Danke Ja, der eine verletzt vom Feld Der andere gelb belastet Die zwei Deutschschützen von Salzburg Ich habe ihn auch schon Ich habe ihn auch schon Ich habe ihn nicht nicht zu schauen ja nun schauen wir uns hier verletzt gehen und hoffen kommt warum kann es nicht so wissen schön gemacht wo aber ein paar geben der gebiet das ist aber klar, ich finde das ist jetzt so viel durchgehört worden ja Kann man mal machen. Kann man mal probieren. Oh! Bist du deppert! Schoversberger! Gott sei Dank. Du Arschloch. Ich schalke das nicht oft, ja. Und ich darf das, ja. Na gut, Schoversberger. Bist du deppert, Alter. 2-2, 60. Spielminute. Hier im Top-Match geht es heiß, ja. Ja, bis jetzt leichte Vorteile für Rapid, sag ich mal. Alter, bist du deppert! Zu dem habe ich nicht gespielt, Alter. Na, das gibt es nicht. Der macht ihn nicht. Da hätte ich gleich drauf zu müssen. Das... Äh, jetzt habe ich probiert. Da habe ich nicht gespielt. Ja. 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 Schoesberg ist hier nicht in Form in dem Turnier, ich habe bereits gesagt. Schlaft er hier, das ist mal ganz okay. Richtig von Maximilian. noch nope oder schön ja keine wechseln frei bei rapide da muss man jetzt so weiterspielen und durchspielen so bericher verlässt das feld es gibt nichts ab jetzt Oh ja da. Oh. Oh ja, oh ja, was macht der? Coolig. Oh ja, oh ja. Was ist los, wenn es halt geht? Bewegt solche faulen Hunde, oh ja. Oh man, du kannst ihn nicht annehmen wieder, du Trottel, du. Oh Mann. Ja, Alter. 82. Spielminute, der 3 zu 2 Rapid. Ja, ihr verdient, Alter, wenn ihr das scheiß Salzburg, Alter, nicht einmal so an Bayern nehmen könnt, Alter. Wirklich war. Yes. Steffen Hofmann macht das 3 zu 2. Jetzt darf man nur nicht nachlassen. Alter. Was ist jetzt los? Alter. Oh, der Goli! Goli, du Trottel, du, Alter! Was ist? Wenn du rausgehst, dann nimm den Ball, gefährlichst, Alter, und spring nicht. Alter, was macht der? Was macht der da, Alter? Schade, dann hofft man diese Sorge, wie er besser diese Kopfballstärke nicht hat. Alter. 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 Alter, was ist da jetzt los? Alter. Nein. Nein, pfeffst du's ab, Alter. Tohli, was machst du, Alter? Na, das war Absatz. Trotzdem. Wieder sehr, sehr leicht gemacht hier, den Kapitern. Oh, schön da da. Oh. 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 Oh, schön der Pool. Oh. Mensch. Oh. Oh. 1 gewesen. So ein Henfdens hat Salzburg noch wunderschön gespielt. Ja, Minu Minu mit dem 1. 0. Also bist du rausgegangen schon? Nein, ich habe nur weit gedrückt. 1 zu 1. Durch Schobisberger. Einmal konnte Salzburg noch antworten zum 2 zu 2. Damit war die Pflicht von Berlisch erfüllt. Viel sah man nicht mehr von ihm dann. Ja, hier ist schön gemacht. Murk mit dem Endstand 3 zu 2. Aber es ging dann erst richtig los. Das Geballere. Ein paar Folgen waren auch dabei. Ja, ich habe es viel. Wir sehen. Stellenweise sah Walke nicht sehr gut aus. Auch wenn das hier abseits war. Ja, Rapid Wien besiegt daheim Salzburg 3 zu 2. Ja, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dann. Haut rein. Haut rein. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.